Hallo und willkommen zum heutigen Infitech mit dem Stefan. Hallo. Hallo. So, ich habe ja schon mal ein bisschen Schafe Schafe Häusle Bauer gemacht. Ich habe auch schon mit dem roten Stein von da oben angefangen. Also ich denke das passt. Na ja. Ja wir fressen. Ich habe 31 Level. Ich habe mal so ein bisschen Zeug wieder hochgebracht. Ich schau die ganze Zeit was wir da jetzt sind. Jetzt nehmen wir auch ein bisschen wieder vorlaut. Aber es ist gut so. Ja ich drehe mich ganz klein. Ne das passt schon. Nein 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 das passt schon so. Dann hört man nicht wenn wir uns mal ordentliche aufnahmen. Ich habe 8 Iridium Ore gefunden. Cheater. Gefunden. Nicht gecheatet. Kann ja gar keiner cheaten. Die Power gefällt. Gestorben bin ich nicht. Warum? Achso du hast das Offscreen gemacht? Ja. Echt? Cool. Ich habe ja einen Wiedgericht. Ja. Hm. Was wollte ich jetzt eigentlich diese Folge machen? Das weißt du du allein. Ich weiß. Achso. Die Quest. 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 Irgendwie ruckelt man die Kraft gerade so ein bisschen. Okay. Wurde ich mir aber noch. Kann sein. Äh. Ja. Ah. Schon besser. Okay. Ränder. Bisschen Ränder-Distanz runtergedreht. Aua. Klatsch. Hast du eigentlich deine Koba schon gebaut? Koba? Ja. Wegen der wir das letzte Mal Lapis gesucht haben. Ah ne. Ah genau. Aha. Das finde ich so. Hm. Weiß. Alzheimer, wa? Hehehe. Hehehe. Boah. Natürlich sind die Rezepte wieder hier ordentlich verschwert. Ja logisch. Muss sein. Direktlich? Äh. Ich bin der Max Spann, wenn wir das erste elektrische Gerät haben, Alter. Das kann dauern. Auf jeden Fall mal essen. So, da haben wir Lapis. Was brauchen wir denn noch? Äh. Wir brauchen Stickies, wie's aussieht. Ist das relativ egal, welche Sticks oder bestimmte Sticks? Das weiß nur du. Ach genau. Und hier dieses Haus hab ich weggerissen. Das da. Hier stand mal ein Haus. Das hab ich weggerissen. Ja, das hat das letzte schon gehabt. Nein, das hab ich erst nach der Aufnahme gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nach der Aufnahme gemacht hab. Äh. Ich nicht. Ich schon. Ich glaub ich hab das erst nach der Aufnahme gemacht. Hast du euch schon mal irgendwie ein Ding gefunden? Ähm. Ein Sticky Baum? Äh. Ne. Ein Robber Baum. Den hab ich leider nicht gefunden. Weil wir müssen. Ach scheiße. Wir müssen dann langsam mal. Ähm. Wegen. Äh äh äh. Wegen Fackeln und so. Ja. Das Thema Fackeln ist es halt auch schon so dicht. Da sind wir. Mal was das Ohr überhaupt. War schon mit dem roten Dach oder? Oder was meinst du? Naja. Abreißen können wir jetzt noch. Ja genau. Ich mach mir jetzt die Arbeit, dass ich hier ein rotes Dach drauf ziehe. Und du. Und dann reißt das heute ab. Nix. Nein Quatsch. Passt schon so. Ich. Ich. Ich plan das auch erstmal nicht größer. Weil. Äh. Ich weiß ja nicht was wir später noch brauchen. Beziehungsweise. Wie wir es noch weiter machen. Hören sogar rein. Ich hab sogar einen Schornstein draufgesetzt. So. Bist ein Schornstein. Hallo. Oh. Der passt doch eigentlich. Wenn du da oben so stehst. Und. Ich brauch eigentlich noch Cobblestone alle. Wir haben Cobblestone knapp heute. Ja. Und die ganze Welt hier. Das passt schon. Ja. Das Problem ist aber halt. Äh. Wir haben keine. Ähm. Wie heißt's. Waren wir so viel Sand. Zu viel Glas. Waren wir gar nicht. Und zwar sind wir jetzt echt vergessen. Halt. Nein. Ich. Lass essen. Ähm. An Sachen. Ne. Den Hammer. Hast du jetzt. Hast du hier irgendeine Ordnung drin? In den Kisten? Äh. Nö. Erstmal. Brauche jetzt ein. Bestimmtes. Oh. Jetzt. Welches. Was denn für eins? Idazium. Was? Idazium? Midazium. Midazium. Ja. Warte. Ähm. Oder halt. Uran. Das ist doch. Uran haben wir nämlich. Midazium. Warte mal. Ne. Warte. Stopp. Stopp. Ja. Bekontor. Bin ja blöd. Äh. Ja. Warte. Du bist eh wieder das schwere Rezept oder? Ja. Deswegen hier. Ich hab das gar nicht auf der ersten Seite gerade genommen. Haha. So Cold Ore. So. Dirty Endeavours. Achso ja. Ich muss das Iron Ore sagen. Ja. Irgendwann hab ich festgestellt, dass es halt ganz nah an der Oberfläche fehlt. Äh. Ziemlich weit oben ja. Äh. Tin. 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 Electric Steel. So. Ach halt. Stopp. Einmal das. Na. Salat. Lampfen. Bisschen Salat. Ja. Eins. Zwei. Drei. So. Aber wir können uns eigentlich mal wissen. Zurembur. Das. 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 War das nicht einfach so? Nicht? Äh. Was kann man denn mit dem alles für Rezepte machen? Ach. Easy. Was? So. Die Quora hab ich jetzt fertig. Echt? Ok. Jo. So. Den. Ah. Den war der Cutter. Die Quist fertig. Äh. Ich brauch noch den. Machst du den Cutter oder was? Hatt ich grad vor. Wie geht denn der denn? Ok. Dann machst du den Wire Cutter und ich mach den Screwdriver. Den Schrauber. Was hier? Nein. Den Scooter. Boah. Also muss ich zuerst den Schraub zerbohren. Echt? Ne. Baut du den. Baut du den mal. Iron. 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 Und Lapis. Ok. Das ist voll easy. Locker. Zumindest wenn wir noch irgendwo Eisen haben. Ich hab ja nur noch Rouge-Iron. Haben wir noch normales Iron irgendwo? Weiß ich nicht. Iron. Haben wir noch irgendwo Iron? Chrom. Hauptsache wir haben Chrom und so einen Scheiß. Aber kein Iron mehr los. Silber. Das war ich nicht schwach, Alter. Doch, doch. Iron. Alter wir haben nur noch Rouge-Iron. Ach du Scheiß. Oh oh. Wir müssen mal Eisen sammeln gehen. Ja. Sollten wir Toten kommen. Iron Nuggets hab ich hier noch zwölf Stück. Hier sind noch mehr Iron Nuggets. Hier sind noch Iron Plates. Hier sind noch Rouge-Iron. Ok. Ok. Ich müsste meine aber zusammen kriegen. Haben wir noch Lapis? Ja, haben wir. Ok. Genau. Auf alle. Modeln? Auch hier drin? Nein. Bei mir. Gib mir mal zwei Stück. Euro. Oh 41. Ich brauch nur zwei. Fertig. Das ist der falsche. Nein. Ich hab den falsch gebaut. Ich hab den falsch gebaut. Hey. Hier. Ach komm, Alter. Es wär ja auch ein bisschen einfach gewesen. Ich wusste, ich konnte fast denken, dass das wieder mal zu einfach ist. Ich glaub ich geh jetzt mal runter und such jetzt. Welch, also was braucht man jetzt allgemein jetzt überhaupt? Ach Gott, da brauch ich bloß einen Stick. Was haben wir denn hier überhaupt? Hast du eine Rod? Ach lol, das ist ja voll einfach. Einmal, zweimal. Das ist voll einfach, das Ding. Dann brauchen wir einen Stick und den Hammer. Ok. Haben wir immer noch Stickies? Da. So. Dann haben wir einmal dich. Dann den Hammer. Zwei Rouge und den normalen. Ich hab einen screwdriver. Sehr gut. Was brauchst du noch? Wire Cutter. Ich glaub das ist bestimmt auch voll einfach. Das Rezept ist ja einfach. Ja. Aha, 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 aha. Ok. Pass auf. Warte, warte. Hast du schon irgendwas davon gebaut? Ja, noch nicht. Wir bauen drei Plates, zwei Rods. So, pass auf. Drei Plates, zwei Rods. Warte mal, ich, ich, eventuell krieg ich einen gebaut. Oh ja, warte. Hör auf wieder rumzuspannen, sonst fliegst du wieder raus, weißt du, oder? Ich hab jetzt einmal mal kurz das eingegeben. Naja. Der Server hatte ich auf der Liste. Junge. Oh, das mit Münzen ist auch fertig. Keine Ahnung, was man mit diesen komischen Münzen macht. Ich auch nicht. Die kann man irgendwann mal einlösen oder so. So, drei Platten. Die Geräte hab ich alle. Dann brauch ich diese Titanium Rod. Dann brauch ich den dafür und dich dafür. Dann brauch ich das einen, weil wir kriegen ja zwei da raus. Dann brauch ich diese Säge. Ich hab so viele Geräte hier am Mann. Ja. So, und für dich brauchen wir nochmal diese zwei Teile. Dann brauch ich das quasi nochmal. Ich brauch zwei Rods und diese zwei kleinen. Okay, dann nochmal zwei Rods. Eins, zwei. So, dann brauchen wir dich und dich. Daraus tun wir das. Okay. Ich glaub ich hab's schon. So, so, so. Dann die Platten. Dann haben wir oben den Fehl. Rechts den Screwdriver. Und links den normalen Hammer. Fertig. Easy. Ach komm. Das leck mich doch am Ärmel, Alter. Branch Cutter. Branch Cutter has a 100% Drop Chance for Saplings. Okay, damit kann man quasi, ach so, damit kann man die Hecken schneiden, okay. Wolle. Haben wir Wolle. Ich suche grad nur den Wolle. Ob wir Wolle haben. Sonst hol ich kurz eine Wolle. Also grad noch das erste Teil. Diesen. Scoop. Schau. Weil damit kann man ja später halt die Bienen einfangen. Wie sag diese komischen Teile. Alter. Wir müssen auf jeden Fall Farmen gehen. Wir brauchen Eisen. Unbedingt. Weil Eisen ist erstmal sehr wichtig für uns. Ja. Das sollten wir Toten tun. Alter was ich mittlerweile an Werkzeugen habe, ne. Pass mal auf. Wir machen die oberste Kiste mal als Werkzeugkiste. Okay. An der da oben, was du überholst. Äh, die mittlere Kiste machen wir als Werkzeugkiste. Okay. Dann musst du da reinschauen, was ich mittlerweile alles an Werkzeugen habe. Hm. Wo bist du? Okay, hier ist ein Schrankfeder. Schrankerror. Ich suche jetzt ein Schaf. Okay. Dann such du mal ein Schaf. Ich brauche eine Wolle. So, dann such ich mir jetzt. Ich brauche jetzt eine Pickaxe. Schafi. Pickaxe. Und zwar die vom Gregtech. Ja, Gregtech ist allgemein ein geiler Mod. Steal. Ah, 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 ah. Das ist Gold. Tafis. Komm her. Okay, wie viel? Das Ding hast du? Ja. Danke. 6400. Das war auch nicht viel. Opal. Iridium. Alter. Iridium haben wir. Cool. Wie viel Iridium haben wir? Acht. Wir brauchen einfach bloß drei Iridium. Wofür? Dann mache ich mir jetzt ein Iridium Pickaxe. Ey, mach mir auch eine. Wo haben wir die? Wo ist die Iridium? Äh, in einer Kiste. Bist du hier mit dem richtigen Rotz hier von Blood Magic oder so? Anfänger. Äh, Blood Magic sag ich schon. Von den Sachen überhaupt. Das dauert nie. Hallo. Hallo. Warte. Äh. Achso, die viele brauche ich dazu. Das war der Speed Driver. Ich brauche die vielen. Warte, ich mache dir eine mit. Iridium. Voll geil. So, zwei Sticks brauche ich noch. Da oben drin irgendwo. Äh. 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 Pickling? Damals nix. So. Hä? Geht was nix? Hä? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Iridium Pickaxe hat. Hä? Und n Stick. Nein, du musst das. Du musst das halt, glaube ich, extra bauen. Hab ich schon. Achso, das muss anders. Das muss ich anders machen. Lol. Hä? Geht auch nicht. Hä? Bist du mich verarschen, Alter? Ach, der braucht dafür eine Steel Rod, weil die so Hardcore ist. Lol. Okay, eine Steel, da brauche ich einfach einen Steel Inget und eine viele. Oder die Säge. Und eine Long Steel Rod. Okay, na gut. Okay, aber mit Steel haben wir ja genau zwei Stück, Alter. Hä? Hä? Achso. Was denn? Also, das war Level 3, ne? Ja. Hier. Was ist ja gut, dass du da. Aha. Da ist sie. Iridium. Alter. Hat der gar nicht wenig an Dü... Hat der gar nicht wenig. Meining Speed Level 6, Attack Speed 4,5. Ja, das ist ja ideal. Kann man jetzt hier schön drinnen gemütlich... ...eiselfarmen gehen. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Was? Okay. Gut, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.